Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal und zum ersten Törchen des Adventskalenders der Garten-Youtuber. In meinem Video möchte ich so ein bisschen auf die zwei Fragen eingehen. Wie kam das Projekt zustande und worum geht es überhaupt? Wie kam das Projekt zustande? Die Frage ist einfach beantwortet. Ein Adventskalender gab es schon letztes Jahr. Aber Spaß beiseite. Letztes Jahr kam die Cem mit ihrem Gärtner auf mich zu und hat eben die Frage gestellt, ob wir nicht so ein kleines Adventskalenderprojekt für unsere Zuschauer starten möchten. Und da das Ganze letztes Jahr so überragend oder so gut bei euch ankam, haben wir uns gedacht, wir machen das Ganze wieder. Bei der Aktion geht es unter anderem darum, euch, unseren Zuschauern, mal Dankeschön zu sagen. Für all die Klicks, die Daumen nach oben, die geteilten Videos und die Kommentare. Ganz im Stil der Garten-Youtuber wird natürlich selbstgewonnenes oder empfehlenswertes Bio-Saatgut verlost oder auch manchmal mehr wie Insektenhotels oder Bücher. Seid gespannt, das hier ist ja das erste Video. Ein weiterer schöner Nebeneffekt des Projekts ist, dass die Gartenkanäle sich untereinander vernetzen. Bei meiner Recherche bin ich auf einige neue Kanäle gestoßen. Ich habe die per E-Mail, ich habe die per Instagram-Nachricht, per YouTube-Privatnachricht, per YouTube-Kommentar, per Facebook-Gruppe, per Twitter. Also auf allen Plattformen, die es so ziemlich gibt, angeschrieben. Und meistens auch eine Zusage oder zumindest eine Absage erhalten. Wenn ein paar Kanäle fehlen, dann tut es mir leid, er hat wohl einfach die Kommunikation nicht hingehauen. Aber dieses Jahr haben wir 27 Kanäle dabei. An den ersten drei Adventstagen werden zwei Videos erscheinen. Und ansonsten, wie gewohnt, jeden Tag ein Video. Ein besonderes Dankeschön von mir geht noch an den Sascha für das Schneiden und Erstellen des Trailers. An die Jen für das Erstellen der Thumbnails und für Rat und Tat. Und natürlich auch an den Flo fürs Mitwirken beim Trailer und auch für Rat und Tat. Und das Durchlesen des ein oder anderen Skriptes. Letztes Jahr habe ich schon so ein ähnliches Video gemacht, wo ich das Projekt erkläre. Und wir haben uns gedacht, es wird dieses Jahr eben die Projekterklärung mal an den ersten Dezember setzen, dass ihr auch wirklich wisst, worum es geht. Und jetzt zum wichtigen Part der Verlosung. Ich habe nur kurz überlegen müssen, was euch am meisten interessiert. Es ist das Physalis-Saatgut, Beersdicke und Maui Physalis. Und natürlich noch das Saatgut der Auberginen Frühvioletten. Davon werde ich fünf Päckchen richten. Also fünf Gewinne. Die sind nicht gestaffelt. Die sind alle gleich. Es gibt da keinen Hauptgewinn. Zu jedem der fünf Päckchen werde ich noch so ein kleines Überraschungsschmankerl an Saatgut dazu machen. Die Teilnahmebedingungen, um Saatgut der leckeren Physalis zu gewinnen. Die sind ganz einfach. Ihr müsst Abonnent meines Kanals sein. Und die private Nachricht auf YouTube freischalten und einen Kommentar hinterlassen unter diesem Video. Das Ganze hat einen einfachen Grund auch mit dem Abonnieren und der privaten Nachricht. Ich werde die Gewinner mit dem YouTube Random Comment Picker ermitteln. Und dieser Random Comment Picker ist eben so ein Werkzeug. Das wählt zufällig einen Kommentar aus allen Kommentaren unter diesem Video hier aus. Da ich natürlich sicher gehen will, dass es auch wirklich ihr seid, wenn ihr gewonnen habt, eben private YouTube Nachricht freischalten, dass ich euch benachrichtigen kann. Und Abonnent meines Kanals. Aus dem Grund bei der Abo-Liste gibt es auch so eine kleine Nachrichtenfunktion. Die funktioniert meistens. Wenn man über die Kanal-Info die private Nachricht senden will, funktioniert es manchmal nicht. Da möchte ich einfach auf der sicheren Seite sein. Das hat hier nichts mit Abo-Geilheit zu tun. Also nach dem Gewinnspiel oder Verlosung hier könnt ihr mich auch gerne wieder deabonnieren. Das macht mir das Ganze einfach nur leichter. Die Teilnahmebedingungen sind von Kanal zu Kanal unterschiedlich. Das könnt ihr dann auch dem jeweiligen Video entnehmen. Ich versende übrigens nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Da kommen auch, sage ich mal, 98% meiner Zuschauer her. Teilnehmen könnt ihr bei mir bis zum 31.12. Das sollte auch der Standard bei allen Kanälen eigentlich sein, dass ihr eben die Chance habt, bei allen Kanälen auch mitzumachen, auch wenn das Video erst am 24.12. erscheint. Also fassen wir nochmal zusammen, wie könnt ihr bei mir teilnehmen? Hinterlasst mir unter diesem Video einen Kommentar, in dem drin steht, was euch bisher an meinem Kanal gefallen hat oder was ihr euch fürs nächste Jahr für Videos wünscht, Anregungen oder einfach generelles Feedback. Da möchte ich euch nichts vorschreiben, das lasse ich mal für euch ganz offen. In meinem Auslosungsvideo werde ich dann mit dem Random Comment Picker 5 Gewinner auswählen. Das wird so nächstes Jahr Mitte Januar, denke ich, erscheinen. Dann werde ich die 5 Gewinner per privater YouTube-Nachricht. Das müsst ihr wirklich bitte, bitte, bitte freischalten, benachrichtigen und auch nochmal unter eurem Kommentar unter diesem Video hier euch benachrichtigen, dass ihr auch wirklich das Ganze mitbekommt. Da würde ich sagen, wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Adventskalender der Garten-Youtuber. Morgen geht es bei Self-Bio weiter und alle anderen teilnehmenden Kanäle sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Um kein Video der Kanäle zu verpassen, hinterlasst denen doch alle mal gerne ein Abo. In dem Sinn, Dankeschön für das tolle Gartenjahr mit euch. Ich wünsche euch wie immer viel Erfolg bei eurem Projekt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Wir sind auch wirklich verdammt lecker. Da können sich die Gewinner wirklich freuen. Wir sind auch wirklich verdammt lecker.